Ja liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, jetzt mit VR-Avatar. Ich bin noch am Testen und das ist natürlich hier noch nicht mein Avatar, aber wird er bald werden. Es ist noch ganz cool, dass auch die Handbewegungen mitgehen. Da kann man ganz tolle Sachen machen. Aber ja, mehr zu dem Video. Das ist mehr so ein bisschen Trainspotting, aber halt virtuell. Ich habe da ein entsprechendes Szenario auf Alan Thompson gefunden. Link gibt es natürlich in der Beschreibung. Und ja, im Rest des Videos werde ich weniger quatschen, einfach mal genießen. Und jetzt auch, dass es am besten im Hintergrund laufen, wenn er gerade selber spielt. Also, viel Spaß und los geht's. Vielen Dank. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020